Ganz ehrlich, Junge, du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Und ich sag dir warum, ich bin der Boss. Ihr versteht es nicht, ihr versteht es nicht, Alter, seit 5 Jahren! Begreift ihr es nicht? Ich bin der Boss und was sind, was will ich? Und warum, weil es mir scheißegal ist, ob die Leute im Internet irgendwas über mich finden. Ihr, wenn allerdings im Internet seid und euch Leute auf der Straße anlabern, kriegt ihr plötzlich das Flattern. Den will ich jetzt drin haben, Alt, mit... Alle Deineser machen Spaß. Das ist immer so kleinisch. Ich brauche alle nieder, mit dem Feuer, meiner Seele und dem Möcke und meinem Blut. Okay, das klang ganz so, wenn du weißt. So. So, das ist das, was ich glaube.